Ich muss mal kurz was erzählen, und zwar den Part, den ich erstmal nicht geschafft habe. Na los. Ja, da hinten da war mit den Zombies, wo er durchschleichen musste, wo dann unendlich wie die Zombies kamen. Habe ich mir eben gedacht so, ja, komm. Moment, ich will kurz noch eine Waffe rauswählen. Da kriege ich gerade gar keinen Schuss mehr drauf. Achso. Nehmen wir die. Habe ich mir gedacht, okay, mache ich den beim Offscreen, weil ich die wahrscheinlich nicht so schnell schaffen werde, damit ich halt nicht so viel Screen Time mit dem Scheiß habe. Ja, ich habe es versuchen direkt beim ersten Mal geschafft. Von daher, kann man ja schon direkt weitermachen hier. Halbe Stunde früher als normalerweise geplant. Ich habe extra schon so früh angefangen, das zu versuchen. Scheiße, wo wir rennen nochmal. Ich weiß, dass wir gleich rennen müssen. Ey, Entschuldigung, ey. Rennen. Sprinten. Sprinten. Controller. Mann. Ne. Xbox. Mann. Sprinten. Sprinten. LB. Okay. Mann. 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 Wir müssen schnell weiter. Durchgang. Stürfendim. Schnell. Es gibt viel zu viele. Okay. Oh. Geh weg von der Tür. ich hole uns hier raus ich kann euch das fenster was ist mit ihr Ich komme klar. Komm schon, los! Oh, du kommst. Achtung! Mist. Gönn mal los. Dann geht's weg. Ich komme jetzt mal durch da. Danke. Na, los, los, los! Jesus. Frischer Luft. Seid mal da. Warning. Wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Oh, sieht so schön aus. Diga, viel zu knapp. Einfach den Lutfinger ausgepackt. Das war viel zu knapp, Alter. Weiß auch gar nicht. Okay, es geht noch. Die Waffe wollte ich gar nicht. Die wollte ich hier, wenn denn überhaupt. Tja, was habe ich gesagt? Hä? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Mal ins Haus reingehen? Wie war es hier ohne Infizierte? Kannst du mir nicht mal vorstellen. Kannst du mir nicht mal vorstellen. Geh jetzt mal nach oben aus abgrasen. Ich bin immer echt viel gerade. Und Brief. Oh Jesus. An der weiteren Nacht eine weitere Geschichte rein. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus dem Fenster der Kasens erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einen Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unserem Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Der hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, er sei sicher. Und... Ach, unten kommen wir noch. Und noch wichtiger. Achso. Versteckt. Leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Und Kyle XY? Packt er da rein? Okay. Das war keine gute Idee, oder? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, was ich alles bauen kann. Oh, ein Messer. Ein Messer ist immer gut. Das war wahrscheinlich auch nur... Wie war ich das nochmal bauen? So... Würde tatsächlich eher gerne... nochmal so einen anfertigen. 15 habe ich. Das war wahrscheinlich nur so ein Scheren-Ding. Das ist wahrscheinlich nur so ein Scheren-Ding. Oh, Mensch. So ein Dunkel hier. In die Darkness. Das war eben ziemlich heftig, hm? Oh, ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, äh... Ich... Was? Meine Freundin, Marleen, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Hehe. Nicht wahr, Joel? Mhm. Belassen wir uns mal dabei. Ja, fünf davon. 20. Hier, das müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen hochballern. Schwanken der Waffe. Boah, das ist eigentlich alle schon ein bisschen wichtig, ne? Das ist schon ein bisschen... Äh... Hat da auch noch was. Ach komm, ein Messer baue ich mal oben. Lass uns mal weiter gehen. Wie sehen meine Waffen allgemein aus? Biber nochmal nachladen. Besser kein nachladen. Also die hat nur zwei, okay. Okay. Ähm... Okay, da wird die und da auf der anderen Seite scharf jetzt ein Gewehr. Oh, die warten da ja sogar schon. Was ich da rauf wollte? Okay. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Ähm, okay. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich war erst fünf, als der Cordy selbst kam. Ich weiß, dass der Zeit nicht mehr ging. Aber ich weiß noch, was wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh... Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Ich weiß nicht, wo wir weiter müssen. Ich bin nicht quasi von da gekommen. Wir sind doch durch das Haus gegangen. Wir müssen doch hier weiter. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann ging die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Cool. Der Schatten hier. Die Dolle war wahrscheinlich eher ein Grafik-Engineer. Aber alles auf Maximum. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Mhm. Oh, Werkbank. Das ist dein Eiswagen. Sollen die mal machen. Die kriegen das schon hin. Sooo. Boah, ich hatte eine Menge aufgelöst. Auch nicht. Durchschluss kann ich hier. Die kriegen aber noch mehr. was ist eigentlich ja. Jetzt decir ich endlich irgendwelche Dem командanten nochmal wann passiert. Erhöht die Streuung? ich habe wie viele 55 ich kann kein freund von dieser schrott hier ging gar nichts die sind jetzt nicht mal die hier 20 Da kommen wir mal wieder eine halbe Stunde hinter, das ist wohl nicht so wild. Hat der jetzt einfach nur die Feder mehr gespannt? So geht es doch. Wann werden sie hier? Ist sie jetzt bei den Hunden? Da oben sind die anderen Hunden. Dass sie gewählt werden, angreifen wollen. Echt, keine Ahnung wo wir lang wissen. Wer fliegt der Fenster? Na gut, jetzt halt. Gehen wir erstmal nach oben. Dann geht's. Jetzt geht's. Und dann geht's. Was ist das? Ja. Oh, shit, shit. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hilf mir da hoch. Ups. Hochhilf? Na gut, nehmen wir aus. Pass auf. Pass auf, wer die dumm findet. Und was gefunden? So kann ich ja hier warte machen. Oh, sind wir was gefunden, glaube ich. Oh, ist ein Brief. Wo ist sie erstmal runter, oder? Oh, hey. Dankeschön. Na, kam Waffe verbessert. Und ich weiß nur noch, hey, zwei Treffer länger. Oh, geil. Ab und zu lohnt es sich auch mal irgendwo hinzuschicken. Kara. Du bist in meinem Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Ich will, er will jetzt von dir beschützt werden. Okay. Werde nur ein paar Tage fortzuhalten, um Essen und Vorräte zu besammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nicht nach Hause, äh, nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Karate-Zone von Pittsburgh. Öffne den Liebarten außer mir die Tür. Spart eure Kugel, wenn ihr fortgehen müsst. Bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Okay. Haben wir auch mal gesagt, ja, das ist jetzt unser Brief. Ich habe jetzt die Rechte an den Brief bekommen. Ich bin immer schon komisch. Ich habe jetzt die Rechte an den Brief. Ich bin immer noch nicht zu nahe gekommen, nicht, dass ich mich wirklich angreifen muss. Ich will die halt nicht töten müssen, weißt du. Ich bin immer noch nicht so viel. Was macht ihr die ersten Absätze? Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür abzustehen. Und eine Horde dieser Monster ist in unsere Lage eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen aus und eine Warnung angebracht. Ja, die Warnung am Ende, oder was? Ich sehe die nicht. Ich bin jetzt safe. Was soll ich jetzt geben, was der Code ist? Das will ich jetzt wissen. Nachricht war kein Code eben, ne? Scheiße, ich habe die nicht ganz zu Ende gelesen. Aber man kann die Briefe nochmal angucken, oder? Nein, nicht. Was ist der? Ach Quatsch. Ganz falsch Dinge. Nein, nicht. Ich dachte, das ist ein Brief. Hält der so einen Schlauch hin. Und das ist der letzte Brief immer. Das ist der letzte Brief immer. Nee, aber da steht nichts drin. Schade. Irgendwo finde ich... Finde ich das noch. 100% hoch. Das geht sogar noch höher. So. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich helfe das später. Hä? Da steht, ich meins. Cool. Irgendwas an der Wand. Muss ich den Hunden gerade so ruhig. 8, 21, 36. 8, 21, 36. Oh, Pfeile. Pfeile sind immer gut. Oh, voll. Dann können wir mal irgendwas herstellen, oder? Machen wir den nochmal wieder voll. Das ist wichtig. Das haben wir. Und jetzt ziehen wir den ein bisschen. Was war das nochmal Rauchbombe? Wurde ich noch nie eingesetzt, ne? Das ist wohl, das ist wohl. Aber erst bleibe ich mir einfach auf. 8, 21, 36, ne? Schön aus, ja. Bin ich, was ich dir eine Rauchbombe werfen müssen. Das war eben voll. Hey, hey, come on here. Ja, halt noch. Was ist das denn? Ah. 21. Hört sich auch anders an, ne? Ja, auf hätte man auch kommen können. Das hört sich ganz ein bisschen anders an. Nur genau hin und ich gehe mal auf 30. Das ist dunkler. So kann man das auch hinkriegen. Ich brauche nicht unbedingt mal den Code suchen, weil man muss einfach drauf hören. Dauert halt länger, ne? Ja, okay. Okay, ich zähle. Und hier die Runde? Okay. Nur werfen? Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Reines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Okay. Kann man sowas so sehen. Hier war noch die Runde, oder? Warum laufen die es da lang? Keine Ahnung, wo ich hin muss. So was für eine Karte haben wir nicht, ne? Wir sind auf die andere Seite, glaube ich. Aber hier waren die Hunde vorne. Sieht ganz so aus. Deswegen hab ich dich aber nicht mehr gehört. Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei, hä? Ich denke nach einem guten Plan, ne? Ja, ja. Wenn wir heil hinkommen. Quasi dann. Boah, das sieht aus wie ein Schützenfest hier. Jetzt gehen sie weg. Ich sag immer so klar. Wo lang geh ich? Äh. Ist das so? Tschüss doch. Kann ich da hinkommen? Kann der wahrscheinlich gleich hier rüber und vor, ne? Ich kann euch. Doch. Wollt ihr wieder Oberklang reißen? Ach, nicht! Oh! Wo kommst du denn jetzt her? Sie! Er ist hier drin! Oh, ich hab eine Idee. Vielleicht steckt euch doch in den Haus. Oh, der ten wird sich ja da. Ah! Oh. Das war's für heute.